so wie war das da brauche ich wieder zwei stein zahnräder dann brauche ich einen kolben so dann zweimal holzzahnrad dann brauche ich noch einen rebbe läuft würde ich sagen dann brauche ich holzrohr die mich anschließen kann und jetzt hätte ich gern goldrohre wenn ich ehrlich bin ansonsten dort nämlich die ganze kack hat viel zu lange drei gold bauen ja ich sag da jetzt mal nix zu ne so außerdem brauche ich zwei von denen jetzt wird ein vorläufiges lagersystem gebaut oder besser gesagt ein sortiersystem das stimmt wahrscheinlich hier oder hier runter führen werde was ich allerdings auch machen kann ist dass ich hirn setze wird am besten sein wenn du geldrohre wenn du goldrohre brauchst die habe ich gerade dabei ne geldrohre brauche ich nicht ok hast genug geld dann kommt jetzt als allererst als allererstes mal gold rohre ein holzrohr dran dann jetzt goldrohre dann jetzt goldrohre dann dann ja dann ja ja na ja da Ach, Quatsch! Jetzt muss ich da rein. So, außerdem hier lang. Dann kann ich schon mal die ersten Sachen aussortieren lassen, wie zum Beispiel, ups, ich müsste aber noch die Rohre fertig legen. Da muss noch eine rein. So viel hätte ich glaube ich gar nicht mehr gebraucht. Ja, so viel hätte ich glaube ich gar nicht mehr gebraucht. So, bei Gelb kommt jetzt rein Granit, Bruchstein, Diorit, hellgrüner Stein. Soll ich Kies gleich mit wegwerfen lassen, René? Du brauchst also keinen mehr, Gott. Halt! Halt! Ah, das Eisen nehme ich mit. Dann nehme ich mit das Zinn, dann nehme ich mit das Yellowrit, die Zinnoberbücher, das hier, Feuerstein, Kies, Uran. Brauchen wir eigentlich Uranerz näher, oder? Ja, natürlich. Damit kannst du auch den Reaktor bedanken. Damit kannst du auch den Reaktor bedanken. Und dann kannst du das noch zu sehen. Und dann kannst du den Reaktor bedanken. Und dann kannst du die komplette Priorität machen. Und dann kannst du das machen. keine Kisten, aber auf eine Riesen-Kohle-Ader. Ja. Hm? Du schwerst dich über Kohlemangel. Baust du mal das Lager auf eine Riesen-Kohle-Ader. Echt? Ach so, ja, Logo. Was anderes wollte ich gar nicht mehr haben. Okay, die hat gerade ausgeladen. Brauche ich jetzt das hier. Hm, 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 hm. Hm. Kann man Uran eigentlich auch hier durchs Malwerk laufen lassen? Okay. Zim-Blei-Eisen. So, ich bin mal wieder kurz auf Toilette. Bin gleich wieder da. Ich weiß nicht. Okay. Das ist es von der Neukurt. Ich bin mal wieder kurz auf Drei. Der Neukurt. Ich bin mal wieder. Ja. Dann quite über 60, dere. Ich bin mal wieder kurz auf Drei. Okay. Ich bin mal wieder. Jetzt bin ich mal wieder. Vielen Dank. 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 So, haben wir noch ein bisschen Uran und noch ein bisschen Kupfer. So, okay. So, okay. Mal dahin. So, okay. So, okay. So, okay. So, okay. So, okay. Sorry. So, okay. 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 komplett aus stein sein also auch in der mitte nichts freilassen wir können uns noch eine zweite guckerei bauen die habe ich jetzt natürlich nicht mehr dabei ne da was mache ich denn der kann weg der kann weg Feuerstein würde ich gerne aufheben da 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 so okay wir haben jetzt zweimal guckerei